Am 10. Juli werde ich ja nun machen. Jetzt muss ich morgen einen Ruf geben, dass ich einen anderen Tag drauf sitze. Und mit der Freude muss ich dann auch aufregeln, dass ich ab 10. Juli das mal hinfraus schicken muss. Zwei, also zu dritt haben wir da. Zug nach La Anathaja. Nächster Halb. Windfluchtdorf S-Bahn 6. Vorsicht beim Ausrute einsteigen. Und wir bis 1. Juli nur eindringen. Ich bin voll. Ich bin die nächsten 5 Wochen voll mit Ruhig. Lange in der Region auf dem Fall. Ich habe die Ruhig. Ich bin sehr schwer. Ich habe die Ruhig. Ich habe die Ruhig. Ich habe die Ruhig. Hier ist das Ding ausgelaufen, glaube ich mal. Und ich werde noch ein bisschen im Samstückung schauen. Ich werde mir persönlich vorstellen, das muss ich dir das nennen können. Ich kenne sie. Ich werde mir bei so überfinale Kultus machen. Ich habe die Zeit von 4.30. Jetzt habe ich einen Aufruf hingestellt. Für mich wird der Ding zu bauen. Na, es ist wichtig. Ich werde dich mal verantwortet. Ich mache den Kn dermal schon. Das war die Anführung von mir. Ich habe noch ein paar Fragen. 50 Sekunden, ich stehe gerade auf der Kappel und bleibe seit 40 Minuten. Ich nehme die auch von Pandemiesfeuer, aber bitte schön. Ich nehme die Kappel und bleibe seit 40 Minuten. Ich nehme die Kappel und bleibe seit 40 Minuten. Ich nehme die Kappel und bleibe seit 40 Minuten. Ich nehme die Kappel und bleibe seit 40 Minuten. Vielen Dank.